Schöne Grüße, Valentin! Verlängerungsaktiv! Na Leute, Verlängerungsherausforderung, wir können einen neuen Stil freischalten. Eine Aufgabe davon, die wir machen müssen, ist es 3 und das schließe ich hier, Imbisswagen zu besuchen. Einen Imbisswagen finden wir tatsächlich nördlich vom Pleasant Park, genau an dieser Stelle, ne? Dort müsst ihr einmal runterfallen und dort findet ihr auch den guten Dörr Burger. Und das wäre schon mal Nummer 1, ich springe direkt zu Nummer 2. Während ich zu Nummer 2 fliege, Leute, könnt ihr gerne natürlich Like-Button reinhauen, wenn es euch auch noch ein bisschen hilft, ne? Ja, auch genauso Weihnachtschallenges, Abo-Button, Glocke. Ich helfe euch natürlich in jeder Season weiter, würde mich mega freuen. Aber Imbisswagen Nummer 2 finden wir in der Nähe von Salty Springs, also ziemlich weiter südlich. Und zwar genau an der Stelle, wo ich hier gerade runterfalle. Wenn ihr dort runterfällt, findet ihr den Pizzapit-Imbisswagen, das ist schon mal Nummer 2. Einen weiteren Wagen findet ihr hier unten rechts in der Schneegegend herum, ne? Und zwar genau an diesem Ort, ein bisschen schwer zu orientieren, aber südlich von Ritterow geht ihr einfach südlich und bergen. Etwas neben dieser Eisstation, die wir hier haben, ne? Und dort gibt es halt diesen schönen Eiswagen, den ihr auch besuchen könnt. Und auch mal vielleicht einen Daumen hoch geben. Und ein kleiner Bonus-Imbisswagen nördlich von Lazy Lake, ne? Ihr geht quasi in gerader Linie von Lazy Lake an genau diese Stelle neben der Straße. Dort findet ihr den Forknife-Imbisswagen. Den könnt ihr auch gerne abbesuchen, wenn ihr lieber Würstchen magt oder Messer und Gabel statt einen Eiswagen. Wenn ihr noch die Playliste oben rechts aufscheckt, dann findet ihr die weiteren Herausforderungen, um den Steal zu bekommen, Leute. Und geht mehr Flosse. Love this.